Die hierzu erwerbende neuwertige 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Kreis Darmstadt-Dieburg. Die Wohnung verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller sowie zwei Außenparkplätze. Bei einer Wohnfläche von ca. 97 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf ca. 287.700 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.